Herzlich willkommen zum achten Video zu einer ebenen Mengenlehre. Heute betrachten wir das kathesische Produkt. Dafür betrachten wir die Menge L, die aus einem gelben und einem blauen Haus besteht, und die Menge M, die aus einem gelben, einem blauen und einem grünen Haus besteht. Dann gilt, L kreuz M ist die folgende Menge. Das erste Element von L, das ist das gelbe Haus, und das erste Element von M, das ist ebenfalls das gelbe Haus, und kombiniert die beiden, und das wird wie folgt kombiniert. Man macht eine Klammer auf, schreibt das erste Element von L, dann ein Komma, dann das erste Element von M und dann eine Klammer zu. So sieht das zweite Element so aus, weil man nimmt das erste Element von L, das gelbe Haus, und kombiniert es mit dem zweiten Element von M, dem blauen Haus. Das heißt, das nächste Element in L kreuz M ist das gelbe kombiniert mit dem grünen Haus. Und genauso kann man auch das zweite Element von L mit allen drei Elementen aus M durchkombinieren, also zuerst mit dem gelben, dann mit dem blauen und dann mit dem grünen Haus, sodass man blau-gelb, blau-blau und blau-grün bekommt, die zur Menge L kreuz M gehören. Wenn man aber M kreuz L betrachtet, muss man zuerst alle Häuser aus M nehmen und die mit den Häusern aus L durchkombinieren, sodass man diese Menge hier bekommt. Und dabei ist L kreuz M das kathesische Produkt von L und M. Dabei ist zu beachten, dass das kathesische Produkt nicht kommutativ ist. Es mag vielleicht so wirken, dass L kreuz M und M kreuz L die gleichen Elemente enthalten, aber die Reihenfolge ist bei den runden Klammern im Gegensatz zu den Mengenklammern relevant. Und wenn man sich die Elemente in L kreuz M und M kreuz L anschaut, sieht man, dass die gemeinsamen Elemente, das gelbe und das gelbe, das gelbe und das blaue, das blaue und das gelbe und das blaue und das blaue Haus sind. Wohingegen in der Menge L kreuz M zusätzlich das gelbe-grüne und das blaue-grüne Paar enthalten ist, aber in M kreuz L ist das grüne-gelbe und das grüne-blaue Paar enthalten. Und da in den runden Klammern die Reihenfolge relevant ist, sind diese Elemente verschieden und somit ist das kathesische Produkt nicht kommutativ. Schauen wir uns als nächstes das Produkt einer gleichen Menge mit sich selbst an. Dafür nehmen wir die Menge M, die aus dem orangenen und dem braunen Haus besteht. Dann lässt sich die Menge M² definieren. Die ist das kathesische Produkt von M mit sich selbst. Also muss das orangene mit dem orangenen und dem braunen Haus kombiniert werden und das braune muss nochmal mit dem orangenen und ebenfalls dem braunen kombiniert werden. Das heißt also, man kriegt die Paare orange-orange und orange-braun, sowie braun-orange und braun-braun. Dann lässt sich auch M hoch 3 definieren als das kathesische Produkt von M mit M². Also im Prinzip M kreuz M kreuz M. Und das ist das orangenen Haus mit allen Elementen von M² kombiniert und als nächstes das braune Haus mit allen Elementen aus M² kombiniert. Und man sieht, dass die hochgestellte Zahl die Anzahl an Stellen angibt, die man hat. In M hoch 3 zum Beispiel gibt es drei Häuser, die zusammen in runden Klammern stehen, wohingegen bei M² nur zwei Häuser zusammen in runden Klammern stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliket, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!